Dokument ihrer Fähigkeiten. Kurz bevor sich ein Objekt bewegt, so berichtete die Collagina, spürte sie einen stechenden Schmerz im Rückgrat, bekam Schwindelanfälle und konnte nur noch verschwommen sehen. Ihr Herzschlag erreichte in diesen Momenten bis zu 240 Schläge pro Minute. Ein weiteres Experiment. Nach zwei Stunden intensiver Konzentration gelingt es der Collagina, die Kompaschnadel zu bewegen. Plötzlich bewegt sich sogar der ganze Kompasch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020